Ihr wisst nicht, wie wir das verdient haben. Und wisst ihr was? Wie ihr seht, habe ich 1994 geschrieben. Das ist echt lange her. Man sollte meinen, da hat sich einiges verändert. Aber soll ich euch was sagen? Aber genau in Schock, hat sich überhaupt nichts verändert. Die fette Sau in Bonn hat jetzt nur eine beschissene Frisur und sitzt in Berlin. Und diese bizarren Typen von den Trachtenvereinen aus dem Vatikan, die küssen jetzt keine Flugplätze mehr, sondern lieber kleine Knaben. Was ist schon ein Flugplatz unter Freunden zu einem kleinen Knaben? Egal wie es ist, sie verdienen sich immer noch das goldene Stück Scheiße. Zwei Geschmackte sind in Berlin, und dass es uns gut geht, wenn ein Mensch in den Schirm glaubt, dann vor die Hunde bewegen. Das ist die Bühne und zwei Tage sind immer gut geworden. Wir haben damit schöne Hass Und bei der Gäberin von der Demore Und bei dem letzten Tag Nur den Petal Sie ist ja höchstens euer Was er etwas gut, was uns gesetzt Und dann leise ich von die Welt Seine Grenzen sind da Das ist ja sehr wichtig Und dann seid ihr Vater allein Was steuere ich den Scheiß, jeder vorliegt Denk ja hart für das Recht, wie ich Wir haben alle Frieden Und dann sollte ich noch haben Was steuere ich den Scheiß, jeder vorliegt In der Gäberin von der Gäberin